2015 ist in der Straße, in der ich gearbeitet habe, hier in der Glogauer Straße, ein Radfahrer überfahren worden von einem rechtsabbiegenden Lkw-Fahrer und im selben Jahr ist mein Nachbar überfahren worden von einem Taxi. Das hat mich natürlich schon bewegt und dann kam irgendwie in den Medien immer mehr Volksentscheid Fahrrad raus oder habe ich sozusagen über Newsletter oder so bin ich darüber gestolpert und dann habe ich erst gedacht, wollte erst dem Spendenaufruf folgen und dann habe ich aber gedacht, ich habe eigentlich gar kein Geld, aber ich habe Zeit, ich kann meine Zeit investieren und ja und irgendwie ist so das Thema Tod für mich kein Abschreckendes in dem Sinne, sondern es ist für mich irgendwie existenziell wichtig offensichtlich und ja ich kann einfach nicht akzeptieren, dass Menschen, die einfach nur sich im Straßenraum bewegen, getötet werden und deswegen ist das für mich ein wichtiges Thema. Ja also mich treibt einfach ganz stark die Motivation an, dass ich möchte, dass es sicherer wird für die schwachen, aktiven VerkehrsteilnehmerInnen, also die Fußgänger und RadfahrerInnen und ja, dass sich meine Kinder sicher bewegen können im Straßenraum und ja, nachdem sozusagen in meinem Umfeld auch mehrere Menschen getötet wurden, ist das irgendwie näher an mich rangekommen und die Vision Zero dabei, also die spielt für mich eine große Rolle, dass es eben Infrastruktur so geplant sein müsste, dass eben keine Menschen schwer verletzt oder getötet werden, sondern dass wir Menschen sind, dass wir auch mal einen Fehler machen und deswegen trotzdem aber uns sicher bewegen sollen dürfen. Die ersten Mahnwachen bei denen ich war 2016, so im Winter, die haben sich irgendwie eingebrannt, weil wir da eben mit kleinen Gruppen auf eisigen Asphaltstraßen saßen und irgendwie die Kälte so von unten hoch kam, das ist mir irgendwie sehr präsent geblieben und dann auf jeden Fall auch eine Mahnwache. Das war im Sommer 2017 das erste Mal, dass jemand getötet wurde auf einer Strecke, die ich selber quasi täglich fahre und eine junge Frau, die so alt war wie ich, als sie getötet wurde und es unglaublich viele Menschen gekommen sind und ja, es hat geregnet und dann zog irgendwie der, die Wolken sind aufgebrochen, die Sonne kamen durch und es war irgendwie eine unglaubliche Stimmung, die mir das Gefühl gegeben hat, hier kann was passieren und hier muss was passieren. Das darf einfach niemand getötet werden. Also eine Mahnwache findet immer relativ zeitnah zum tödlichen Unfall statt, sofern derjenige direkt stirbt quasi oder eben nachdem er auch nach zwei Wochen vielleicht erst verstirbt oder so. Sobald wir quasi vom Unfall erfahren, findet halt schnell eine Mahnwache statt. Die melden wir an und dann findet die an Ort statt, wo der Unfall passiert ist. Der ADFC nimmt auch teil und stellt ein weißes Geisterrad auf und wir haben jetzt in den letzten Jahren schon die Erfahrung gemacht, dass viel auch, sofern sie es mitbekommen und vielleicht auch vor Ort sind, Angehörige kommen oder auch Freunde. Uns haben auch schon direkt Angehörige angesprochen, das war jetzt erst dieses Jahr, mit denen wir dann direkten Kontakt hatten, könnt ihr eine Mahnwache machen, meine Schwester ist getötet worden. Das heißt, wir haben schon das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass es für die Menschen hilfreich ist, weil sie quasi einfach mal innehalten können, also nicht nur die Angehörigen, sondern auch alle. Wenn dann in Spandau zum Beispiel war letztes Jahr auch eine große Mahnwache und die komplette Kreuzung am Bahnhof Spandau stand still und es war wirklich eine Ruhe, ist mal eingekehrt und man ist irgendwie mal in sich gegangen und hat mal dem Ganzen mehr Raum gegeben und es ist nicht einfach nur wieder irgendein Schicksal, irgendeine kleine Meldung, sondern da ist jemand gestorben, der jetzt fehlt und ich wünsche mir, dass viel mehr Infrastruktur auf der Straße ankommt, dass es mehr sichere Radwege gibt, dass sich irgendwie auch in den Köpfen ein bisschen was noch weiter verändert, dass die Stadt eben für die Menschen da ist und nicht für die Autos. Also ich wünsche mir konkret was auf der Straße, dass man mal ein paar Kilometer am Stück sicher fallen kann.